Kurz abschließend hat euch die Bestätigung, dass Xabi Alonso auch nächste Saison euer Trainer sein wird. Ihr habt dann vermutlich eventuell nicht mehr. Gibt es der Mannschaft trotzdem jetzt für diese entscheidende Phase noch mal so einen kleinen Push? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube der Zeitpunkt war perfekt gewählt, auch für die Mannschaft, damit die Mannschaft Klarheit hat und auch der Verein. Ob es jetzt einen enormen Push gegeben hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, weil das Thema gab, gab es gar nicht bei uns, ob der Trainer jetzt nächste Saison noch hier ist oder nicht. Aber natürlich freut es jeden in der Mannschaft und das Thema ist auch damit abgeschlossen. Ja, Sie freut es auch, dass er nächste Saison noch Trainer hat? Ja, naja, mich freut es, dass er hier glücklich ist. Für mich ist es natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir vielleicht einen anderen Ausgang erhofft, aber es ist kein Mundschutzwert. Mal schauen. Man weiß ja nie, was im Sommer passiert. Von daher schließe ich nichts aus.